Die Göttlichen sind euch heute, mein Freund. Ja, du stehst mir weg, mein Freund. Okay, da war ich nicht überall gewesen, dann heißt es, ich gehe jetzt mal hier raus und werde mal schauen, ob ich nicht noch irgendwo anders was bekomme. Dann gibt es das hier, Drachendings, blauer Palast, Mordteil war doof. Die Festung, da war ja auch nicht großartig was. Ich gehe jetzt mal da hin, Markart. Vielleicht habe ich da auch noch irgendwie was, wo ich was kaufen kann. Und muss wahrscheinlich, bevor ich jetzt eine Mission mit diesen Kreaturen mache, wirklich erst mal. Ne, ist im Aufschließen, dort ist eine Kneipe. Hier muss man überall aufschließen. Die Schatzkammer. Ich öffne die einfach mal. Alle stehen, alle stehen. Ach, hier war doch das mit dem, wo ich gekämpft habe. Gegen den Verrückten da. Naja. Irgendwo muss es ja was geben hier. Aber ich glaube, das ist auch so ein totes Irrtchen. So ein Betonplatz. Gasthaus. Ja, interessiert mich herzlich wenig. Stehen, stehen, stehen. Das liegt ja alles schön da. Muss trotzdem gestohlen werden. Gut. Jetzt gehe ich mal auf die Karte. Ich brauche keine Festung. Ich brauche eine größere Stadt. Weißlauf. Mal gucken, ob ich ein Schwarzlauf was finde. Ich glaube, das ist Kriegsjungfer. Hat die etwa ein Teil aus Stahl? Ne, ja. Oh Gott, der Schwul. Die göttlichen sind euch holt, mein Freund. Ja, ja, ja. Ich bin mir auch holt. Ich weiß nicht, was das ist. Soll es ein Friseur sein mit dem Bad? Trunkener Jägersmann. Das bedeutet, das ist eine Kneipe. Und du stehst immer weh ich. Ich muss ja raus. Ich suche ein Geschäft. So, eure Blumen nimm ich mal eine kurz mit. Ich habe das schön angepflanzt, aber die brauche ich jetzt mal. Gemischtwaren. Das hört sich schon mal ganz gut an. Gemischtwaren. Lasst es mich wissen, wenn euch etwas gefällt. Ich arbeite für Bele-Tor im Gemischtwarenladen. Alles steht zum... Ja, was? Stücke, Krimskrams, solche Sachen. Zeig mal bitte her. Zauber tränkeln, das ist schon mal gut. Okay, hast du auch einen Tisch? Nee. Nee, das hat kein Tisch. Ach, der hat es echt nötig. Frischfleisch. Kupferkessel. Kupferkessel. Ähm, Meere. Beflagte Meere. Okay. Das ist ja ein bisschen eine Fressbude. Meere, Magen. Nein, wir haben warmes Essen, warme Getränke und warme Betten. Falls ihr Arbeit braucht, was haltet ihr davon? Dann wollen wir diesen Hunger doch stillen. Ähm, leider hast du Lust für mich da. Lasst es mich wissen, falls ihr sonst noch etwas benötigt. Und Essen kaufe ich mich nicht, das nehme ich mir so mit. Das sind doll- зам metres und warme Bettenwahl. Und ich bin der, der die Blumen pflückt. Ich bin der, der die Blumen pflückt. Und ich bin der, der die Blumen pflückt. Hier sind die blöde. Seid die Beste. Könnt ihr meine Mutter sein? Meine Dame, habt ihr eine Münze übrig? Ich könnte dich absortieren, wenn du willst. Wirklich? Ja. Habt ihr ein Zuhause, wo ich wohnen kann? Ähm. Ah, gut. Trotzdem vielen Dank. Ähm, damit hat sich die Frage erledigt, ob ich ein Heime habe oder nicht. So, ich muss irgendwie wieder rauskommen aus Weißlauf. Ich komme nicht mehr raus aus dem Ding hier. Ich will eigentlich nur abhauen. Okay, jetzt geht es hier unten lang. Könnt ihr den Stand heute früher schließen, Mama? Leider nicht, meine kleine Rede. Hier ist auch nichts. Weiter. Das ist die Alkoholbude. Die interessiert kein Schwein. Ähm, hier hinten ist auch nichts weiter. Ich mache diese Stadt noch untrüstlicher. Ja, zwischen ist. Ah ja, Himmelsrand brauche ich, denn ich musste mal wieder weg. Ich konnte... Viel Heidtränke haben die ja nicht da. Schwierig. Gibt es noch einen anderen Ort hier? Flusswald vielleicht. Ich kenne... Das sagt mir jetzt ehrlich gesagt nüchtern. Aber ich kann ja mal hinreißen und mal schauen, ob ich da irgendwas bekomme. In irgendeiner Art und Weise. So ein Gegner ist nicht da. Hi und herzlich willkommen zu Skyrim. Hier ist heute mal Bionalu. Ja, dieser Spielstand wurde mir geraubt, Diebstähl. Von meinem Diebstählklauermann. Mit anderen Worten, eigentlich wollte ich hier ein Let's Play machen. Über ihm hat das Spiel nachher so einen Spaß gemacht, dass ich ihm einfach gestattet habe, weiter zu spielen. Er hat jetzt einen Andiener nicht gehabt.